Verdammt! 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 F-Zero! Die brauch ich wirklich nicht zum Anfang! Mute City heißt das! Mute City! Ja, aber trotzdem, es ist F-Zero! Das regt mich schon wieder auf! Willkommen zu einer neuen Folge von Marika Dacht! Die Lux! Oder besser gesagt, Konnichiwa! Konnichiwa, Minasan! Arigato, für dieses Video! Natürlich! Natürlich! Ja, ich habe das Wort vergessen, was ich... Nein, das kann ich nicht sagen! Water! Water! What I would say! Das ist ja doch falsch! Alter, bei der Strecke krümmel mich mein Kopf die ganze Zeit! Ja, auf jeden Fall! Bei, was, was? Was? Corona? Ich glaube schon! Ein bisschen! Platz 4 gerade noch! Ich sag dir, es wird mir genauso schlecht anfangen wie sonst! Dann kommt wieder die große Wiederauferstehung! Oh, kann man das wirklich noch was Wiederauferstehung kennzeichnen? Ganz ehrlich! Jetzt waren schon einige erste Plätze heute dabei! Wollen wir gerade sagen, du warst heute gar nicht mal so scheiße! Ja! Ersten Platz konntest du kein einziges Mal davon reden! Für die, die gerade zugucken, heute meine ich damit auch die letzten 5 Wochen! Ja, na klar! Wie du hast die letzten 5 Wochen ausgegeben! Ja, es ist... Was heißt denn das schon wieder? Ich schne... Ja, okay! Ich werde wahrscheinlich selber auch jetzt nachher noch ein paar Folgen aufnehmen! Das ist klar! Bin ich halt so! Bis 10 Folgen hochgeladen sind, das sind 2 Wochen wahrscheinlich! Sicher 3 Wochen! Seit wann sind denn so viele Deutsche hier? Das weiß ich nicht! Das ist glaube ich auch nur ne Momentaufnahme! Weißt du, das ist... Hier auf der F-Zero Strecke, das ist eine der wenigen Abkürzungen hier, die was ich... Oh ne! Scheiße, du bist vorne! Tut mir leid! Achso! Warte! Das geht an den anderen! Nein! Scheiße, meine Nase juckt! Dann kratzi! Scheiße, meine Nase juckt! Dann kratzi! Ziege, Alter! Wie soll ich das machen? Ich habe zwei Hände an einem Controller! Ja, wenn du geradeaus fährst, einfach mal kurz in... Die Linke loslassen! Ja, aber das ist... Das ist... Welche gerade Strecke denn, bitte? Ja, okay, hast du auch wieder recht! Wo gibt es denn hier eine gerade Strecke? Wäre ja gut, da wäre jetzt Babypack ganz gut, nicht wahr? Oder... Ne, Blödsinn! Exitbike! Exitbike! Exitbike, ja! Das wäre hier die beste... Oh ne! Ziege, ey! Ziege! Ich werde aber schneller größer als du! Uh! Let's go! Ich kriege einen blauen! Ja! Ich kriege einen blauen! Einen blauen! Hat sich gelohnt, oder? Du hast immerhin einen abgefuckt, der schon hinten... Alle hinter mir haben Speed-Items bekommen, ich kriege einen blauen! Ja! Letzter Platz! Ah! Ist nicht positiv wie vorletzter geworden ist, auch letztlich! Einen blauen! Der blauen hat sie mir selber gegeben! So, mal wieder eine Strecke mit Waggons! Dieses Mal sehen wir sie zwar nicht, das ist mal das Gute, aber... Zumindest nehmen sie keinen Einfluss auf die Strecke, sagen wir es so! La 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 la! Long 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 long! I must was... That's right! Was? Was laberst du? Äh... Nichts! Ah ok! Ich muss sagen, aber hey übrigens, Frau Schalke, Wasserfall, ich finde die Mucke mega geil! Das stimmt, aber die beste Mucke finde ich immer noch für Discodrom! Ja, die ist auch cool! Ey, was ist meine Lieblingsmucke? Boah, ich könnte es gar nicht sagen, was meine Lieblingsmucke ist! Also es gibt sau viele gute Soundtracks hier! Ich finde jeden eigentlich relativ gut! Oh, der ist aus dem von Big Blue! Finde ich auch super! Ja, kommt doch mal weg! Äh, ich finde persönlich... Grüner! Oh Gott! Ey, dann wurde ich wieder von jemand Unsichtbaren getroffen, ne? Was soll man denn da machen? Ja, das klingt gut, ist mir auch schon passiert! Loll, der ist einfach abgehauen! Keine Ahnung, was mit dem ist, der ist verschwunden! Ziege! Mal wieder! Man kennt ihn! Lass bitte, lass bitte weg... Oh Gott! Lass bitte einen Mod of Mario Kart installieren, wo die Kühe auf der Kube weiter zu Ziegen werden! Ich werde das voll verehren! Falsches Raten, äh... Ich habe aber letztens mal ein Video gesehen, da geht... Der hat mal gezeigt, wie man Soundtracks speziell modden kann! Für Mario Kart, oder? Ja, dass man halt einen Soundtrack rausnimmt! Also muss ich natürlich speichern, wenn du ihn wieder zurückhaben willst, weil sonst bist du broke! Aber das... Finde ich cool! Das könnte ich mal auf Mario Kart 8 normal ausprobieren, glaube ich! Also auf der Wii U, weil das spiele ich eh nicht mehr! Weißt du, soll ich Folge aufnehmen mit Custom Music? Hm? Ich habe gerade drei Rote bekommen! Ja, super! Ja klar, zweifacher Abfuck! Ich hatte gerade die fünffachen Abfuck, aber... Okay, ich habe einen Buhu! Wenn jetzt was von dir geklaut wird, dann weißt du, wer es war! Ja, deswegen habe ich schnell die Kugel Vidi eingesetzt! Ja, das ist mir auch schon mal passiert, dass er mir einen geklaut hat! Oder mir einer geklaut wurde, beides tatsächlich! Ja! Blauer bekommen! Wow! Hallo Kino! Hi! So, den Pilz behalte ich mir auf jeden Fall auf, du weißt weshalb! Ja! Jetzt kommt der Blooper! Jetzt kommt der Blooper! Wenn ich den langen Weg da fahren darf! Oder auch nicht! Was ist passiert? Nein, ich kriege einen roten noch ab! Ich bin letzter! Ernsthaft jetzt! Ich bin letzter! Ja! LOL! Was ist mit dir? Ich bin runtergeschubst! Wirklich? Du bist runtergeschubst, Partner? Ich bin runtergeschubst! Oh mein Gott! Rest in Peace Kino! Rest in Peace! Er hat ne 12 dort stehen! Wenn Kino letzte wird, endet das Video! Damals ist es nicht passiert, aber jetzt passiert es! Oh mein Gott! Ihr hättet jetzt erleben müssen, grad wie Kino abgegangen ist! Er hofft nur einfach, dass die wahres Abfahrt nicht kommt! Ah, wahres Goldmine! Wahres Goldmine, bitte! Ich hab' keinen Bock mehr auf die Strecke! Weil wir die heute schon fünfmal oder so hatten, in unserer kompletten Aufnahmesession! Ja! Obwohl wir hier die Röhrenrasereien noch nicht hatten! Ich muss aber sagen, das Tic-Tac-Tromer wär auch nicht so die coole Geschichte heute noch! Naja, hätt' ich auch keinen Bock mehr drauf! Aber ein von den beiden wird wahrscheinlich noch kommen, ich bin mir relativ sicher! Aber wir haben danach noch eine Strecke, die wir nehmen! Ja! Wir haben noch keine Regenbogenwohle, Warte, die ich das richtig im Kopf habe! Tatsächlich? Lol, das gab's auch schon lange nicht mehr! Ach, deshalb bin ich heute nur so ruhig! Jetzt weiß ich endlich den Grund! Weil Regenbogenboulevard ist ja logischerweise mein Albtraum! Ja! So, der hat offensichtlich eigentlich das Item abbekommen, aber ist nicht stehen geblieben, verdammt! Verdammte Angst! Verdammte Angst! Okay, ist klar, aber ich krieg' nen Grün ab! Oh, ein Buhu! Na gut, ich hab' schon mal nen Roten abgeschossen und den hinter dir ab... Oh! Ja, ich seh' dich schon! Da fahren zumindest noch zwei Grüne! Ja! Zwei lose Grüne! Ja, jetzt ist es nur noch einer! So! Oh, nee! Der Grüne da nach vorne war grad richtig gefährlich, Kino! Nee, ich wollte jemanden treffen! Hast du so getroffen, nee, oder? Nein, ich hab' die Wand getroffen! Also, vielleicht war's mein Ziel! Oh, cool, Willi! Oh, klar! Dann saust' davon! Ins Himmelreich! Achso, das war's gar nicht, du! Nee, ich war das gar nicht! Ich hab' nur gesagt, weil der von hinten kommt! Oh, blauer, Alter! Ja, ich nehm' schon meinen Stern, deswegen sicher, wenn jetzt ein Blitz kommen sollte! Nein! Was?! Ja, genau! Sicherlich! In der Sekunde, wo er aufhört! Du Witzbold, du hast gewartet! Oh mein... Das war mir grade aus! Zufälligerweise perfekt grade! Äh... Das war's nicht zufälligerweise du, oder? Nein, das war ich nicht! Leider nicht! Ja, klar! Jetzt kost' du mir das Item! Ganz ehrlich, verpiss dich in deine Welt! Oh mein... Jetzt krieg'n'n Roten ab! Du bist heute noch nicht so richtig ausgerastet! Das musste auch mal geändert werden! Doch, das ist schon passiert heute! Aber ich könnt' mich nicht dran erinnern! Auf der wahre Sculpt-Mini hab' ich kurz mal mit'n Controller zerschmetter! Das hast du gehört! Ach, schluck da! Komm, Roter! Bitte! Ah, Stern geht auch! Stern geht auch! Setz dich lieber direkt ein! Bombe, Bombe, Bombe! Alter! Was ist passiert? Ich bin auch noch... Hau noch gegen die Wand! Gegen den Zielfall! Neunter! Neunter! Verdammt! Nochmal Neunter! Oh Gott! Das ist so unnötig gewesen mal wieder! In der letzten Runde abgeschmiert! Dafür soll jetzt wahres Goldmine kommen! Ich entschuldige mich an dieser Stelle ganz herzlich! Es ist mein Vergehen gewesen! Ja, auf jeden Fall! Meine Zufallsbox! Meine verdammte Zufallsbox! Du sollst dich schämen! Ich hatte auf die Goldmine hingehofft, dass wir ihn noch mal so richtig fett ausrasten lassen, aber ne! Shame on you! Shame on you! Das heißt, beste Taktik? Einfach die ganze Zeit hinten bleiben! Ja! Eigentlich schon, ne? Ja! Bei spätestens der letzten Kurve, solange kein Blitz kommt, ist eigentlich alles klar, wer gewinnt! Ja! Nämlich der, der was sechster, siebte oder achte ist und dann gute Items kriegt! Ja ne, ist klar! Was war denn das jetzt wieder? Okay, es läuft alles nach Plan, möchte ich sagen! Wieso, welcher Platz bist du? Ja, Elfter! Achso, ja gut, dann ist ja alles nach Plan! Den ersten Platz kann ich mir hier tatsächlich nicht erlauben, jetzt in den ersten beiden Runden! Ja, klar! Ja, klar! Als Elfter einen einzelnen losen Pilz bekommen! Und das ist traurig! Danke! Das ist nicht so traurig, das ist einfach nur Pech! Und das ist Ziegenglück! Das ist Ziegenglück, genau! Die Ziege hat es auf mich abgesehen! Die Ziege hat es auf mich abgesehen, ey! Ja! Uh, da ist einer mit einer Bombe hängen geblieben! So, jetzt komm ich nach vorne! Platz Nr. 3! Theoretisch könnte man damit aber auch einen 3er-Pack... Ja, einen 3er-Pack bekommen, das hab ich auf jeden Fall bekommen, aber es war ein Panzer-3er-Pack! Oh, jetzt kommt wieder ein Blooper auch, ganz ehrlich, du Ferkel! Spritz mal anders hin! Tut mir leid, musste ich an der Stelle mal erwähnen! Du brauchst mal einen Baseball! Ja! Was ist denn los mit dir? Ja, ich bin schon wieder abgekackt! Schade, leider ist das nicht die letzte Runde, weil jetzt hab ich einen Königspelz! Das wär jetzt cool gewesen, Alter! Ich bin mal unsichtbar! Oh! Was? Du bist reingefahren, oder? Ich hab nichts gesehen! Bist du reingefahren? Irgendwo bin ich irgendwo reingefahren! Ich weiß noch nicht, woher... Ja, ich hab einen 3er-Pack-Roten bekommen durch den Geist! Der ist in dem Moment aufgetaucht! Ich kann nichts dafür, möchte ich an der Stelle erwähnen! Danke, Kino! Ja, ich hatte eine 8! Was soll ich sonst machen? Ja, nach hinten schießen! Die 8! Ja! Ja! Kugel-Willi! 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 Königspelz! Ja, den hab ich auch! Ah! Ah, verdammt! Ja, Kugel-Willi zum Schluss, leider! Ja, jetzt bin ich noch vorsaußen! Wahrscheinlich ist es auf Platz 4 oder 3! Blöd! Ah, Minus 8! Na gut! Kann man nichts machen! Da ist es nochmal ordentlich dumm gegangen! Aber der eine Fail war jetzt gar nicht mehr krass mit die Routen! Ja! Ja! Na gut! Das war's heute mit der Folge Mario Kart! Wir haben jetzt schon genug miteinander aufgenommen! Heute haben wir genug geschrien! Geh durchhämmert und alles mögliche! Danke fürs Zusehen an der Stelle! Bis zum nächsten Mal! Mein Controller hat gerade den Geist aufgegeben! Kein Akku mehr! Perfekt! Der Controller hat es auch erkannt! Und es ist jetzt Ende! Also Leute, bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!